Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie endet die Sache? Heute geht er ins Burgenland, der dritte Preis. Ich habe überhaupt kein Gefühl, du? Nein, gar nicht. Du weißt nicht, wie der souverän entscheidet. Das weißt du einfach nicht. Keistertal ist wunderschön. Keistertal der Favorit. Welcher wunderschönen Platz hat den besten Eindruck hinterlassen, weil der Welt in der Zunge ist. Die Steiermark, Franz Jäger und Claudio Kreiner. Claudio, bitte. Wir überreichen, bitte kommen da her. Sehr schön, herzlich gratulation. Aufpassen. Hallo, der Franz. Der Streuter, der Streuter wie noch 6-8. Nicht sagen, nein. Womit wir? Beim zweiten werden, beim zweiten Sieger sozusagen. Das hat so eine große, der Streuer macht. Aber wir stehen immer so gesagt, bei uns geht es jetzt schon. Das ist jetzt schon so. Ich bin der Streuter, der Streuter wie noch 6-8. Ich bin der Streuter. Ich bin der Streuter. Vielen Dank.